Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Spore und ja, eine Woche später, wir waren beim letzten Mal da dran und hier übernimmt gerade jemand, hier kriegen sich meine Verbündeten gegenseitig, aber das ist nicht schlimm. Wir waren beim letzten Mal dran, wir wollten Geld sammeln, um uns Waffen zu kaufen, weil wir wollten mal ein bisschen Krieg führen hier und meine Maus ist wieder komisch, aber das ist egal. Gut, so, was bietet ihr mir an? 24, alles klar. Gut, Leute, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal auf Einkaufstour, wir haben 64 pinkes Gewürz, Leute. Würde ich mal sagen, gehen wir mal auf Einkaufstour zu unseren Verbündeten und fragen einfach mal an, was die uns dafür bieten hier. Hi. 4000, ja komm, 4000 ist in Ordnung. Was hast du denn hier für uns, lieber Freund? Äh, du hast im Moment leider nichts da an Waffen, das ist doof, Leute. Das ist doof. Äh, wer kauft denn unser pinkes Gewürz? Teuer ab, vielleicht unsere, unsere Kolonie hier? Ah, 12. 12, ja gut, kommt, machen wir es mit 12. Haben wir nochmal 800.000 mehr? Und hier, die können wir auch wegmachen, komm, für 4000. So. Moment mal, können wir hier vielleicht billiger die Waffen kaufen? Ihr seid ja nicht von meiner... Okay. Ja gut, nee. Ja, Leute, wie gesagt, ich nehme es an einem Sonntagabend auf, mal wieder. Ähm, ja, ich hoffe, dass euch das nach wie vor gefällt hier, das Spor. Und ja, wir gehen jetzt einfach mal ein bisschen Krieg führen, Leute. Hallo. Du hast doch bestimmt Waffen für uns, oder? Auf jeden Fall kaufst du uns, dass du mir gewürzt... Ja, hier, seht ihr? Hier, der hat Waffen für uns, Leute. 250.000 Laser kaufen. So. Mini. Ein Schild, Sammelhof, Protonenrakete. Dann kauf uns das mal. So. Eine schwache Bombe. Hm, Mini-Bombe. Soll ich das machen? Mini-Autoblaster. Äh, was haben wir denn hier? Mega-Geschütz. Kriegs-Revelaie oder Kolonis 4? Uiuiuiui. Mega-Protonenrakete. Ja, ja gut, nö, dann... Schützt dein Schiff kurzzeitig vor Schaden. Okay, Mini-Bombe. Kauft die einfach mal, los. Ich wusste es, dass ihr Kriegszeug für mich habt. Genau, Leute. Dann... ...würde ich mal sagen, bevor wir hier noch weiter hier rumeiern... Machen wir uns mal auf. Natürlich erst mal aufladen, ne, klar. Die Energie ist ja hier auch so ein bisschen... Genau, ich würde gerne noch, äh... Danke. Ich brauche natürlich noch eine Gesundheit und eine Energie, Leute. Habt ihr da was für mich? Liebes Marderreich. Ihr wart doch auch kriegerisch, ne? Genau, ihr wart doch auch kriegerisch hier. Oh, die haben sogar die größere Bombe. Ja, na dann, äh... Dann kauft die. Kleine Gesundheit. Mini-Autoblaster. Was habt ihr denn hier noch so für uns, hä? Zufriedenheitsverstärker, einfacher Frachtraum. Kleine Gesundheit. Ja, komm, oder? Äh, was gibt's denn hier noch? Ne, ich flieg mal zu eurem Heimatplaneten. Äh, es gab auch noch einen Instastellar-Antrieb 4, hab ich da gesehen, ne? Mittelstarke Bombe, die Fahrzeuge und Gebäude zerstören können. Genau. So. Ähm... Ja, gut, aber ihr habt jetzt hier auch nichts Interessantes. Interessantes, eine Gehirnwäsche. Und einen Eingriff zu vorkommen. Okay. Sehr interessant. Äh, kleine Gesundheit. Gibt's ja... Habt ihr auch eine Energie? Was ist das denn? Mini-Impuls? Ah, das brauche ich nicht, Leute. Ne. Ähm, ihr habt nichts, womit ihr euch, äh... Womit ihr mir helft. Wirklich, wie sieht's hier bei euch aus, Leute? Wir bereiten uns jetzt nämlich ein bisschen mal auf Krieg vor hier, weil wie wir sehen... Ach, hier. Ne, das ist eigentlich egal. Schaut mal, wir sind schon... Wir spielen als Händler. Wir haben jetzt schon 3.375.243.700 Jahre gespielt. Genau, Leute. Ähm, ja, da würde ich schon mal sagen, gebe ich euch mal ein Geschenk. Oh, da habe ich jetzt auch versehen. Ja gut, komm. Ähm, 127. Dann lass mich dich mal was anderes fragen. Ja. Kleiner Energiespeicher kommt. Ich brauche mehr Energie und mehr Gesundheit jetzt einfach mal. Hui. Schaut mal hier, 13.000. Sehr, sehr gut. Atmosphären für Eiser. Ja gut. Gut, Leute, dann würde ich schon mal sagen. Wolkenanäufer. Hm. Interessant. Gut. Ähm, Leute? Wir machen uns auf. Wir haben 3 Verbündete. Wir machen uns auf mal hier Richtung andere Rasse. So, wo sind hier andere Alienrassen hier? Die werden uns ja hier schon kontaktieren, ne? Da sind welche, Leute. Die sind sogar aggressiv. Den können wir doch direkt mal im kriegerischen Besuch abstatten hier. Das Übergroßreich. Das Übergroßreich ist ein vernünftiges Volk. Und die Vernunft sagt uns, dass deine Spezies schon bald von unserer Militärnacht vernichtet werden könnte. Ui. Roboter. Ruf deinen Jet zurück, bevor ich ihn in Stücke reiße. Wenn du dich messen willst, können wir sofort damit anfangen. Ich spüre da eine gewisse Anspannung. Aber wir machen wir mal weiter. Okay, Leute, dann würde ich sagen, machen wir die erstmal hier kaputt. So. Ach du Heilige, direkt sogar den Heimatplaneten. Gut. Dann schmeiß da mal eine Bombe drauf. So, Leute. Wir führen Krieg. Wir führen Krieg, Leute. Hier, komm. Und hier mit dem Laser. Da drauf, da. Los. Und kaputt. Ey, warum bewegt sich das? So. So. So, Leute. Ähm, hier sind die da. Na, komm. Na, komm. Ah, das Schiff, das bewegt sich so fobisch hier, ne? Ja, Leute. So sieht der Krieg in der Weltraumphase aus. Verdammt interessant. Ja gut, dann. Dann komm. So, dann schmeißt die Bomben da auf die Städte. Los. So, weiter geht's hier. So. Aber wir haben nämlich direkt den Heimatplaneten hier angegriffen, ne? Na, ich merk schon. Ich merk schon. Die sind nicht gerade schwach, Leute. Die sind nicht gerade schwach. Okay. Alles klar. Dann muss ich mal wieder hier raus. Was willst du von uns? Wir werden unsere neuen Waffensysteme auf deinem Planeten testen. Wir sind jetzt im Krieg. Hohoho. Schaut mal. Gut, allerdings brauche ich dafür... Der hat sogar nur einen Planeten. Alles klar. Ja, cool, Leute. Dann machen wir den jetzt gleich mal kaputt. Aber erstmal brauche ich ein paar Medipacks. Ein paar Medipacks und ein paar Batterien hier. Und meine... Oh, mittlere Gesundheit. Ja, warum eigentlich nicht? Mittlere Energiespeicher. Was haben wir hier noch? Sammlerhof extrem teuer hier die Sachen, aber die mehrere Flugeinheiten zerstören kann. Antimaterie-Rakete. Ne, Moment mal. Ich nehme mir mal ein paar... Ja, komm. Mach drei draus. Drei Mega-Energiezellen. Und... Fünf Reparatursets kommt. So, Objekt kaufen. Wenn wir jetzt nämlich den Krieg führen, Leute. Ähm... Kriegen wir nämlich mehr Plaketten. Schaut mal. Das ist ja jetzt rot eingezeichnet. So, dann würde ich mal sagen, Leute. Gehen wir mal wieder hier drauf. Die haben nämlich unser Schiff geklaut hier. Seht ihr das? Die haben unser Schiff geklaut. Und der versucht uns jetzt abzuschießen. Aber der schießt nur unsere Verbündeten ab. Alles klar, Leute. Gut, weiter geht's hier. Los. Drei Bombe draufschmeißen. Da, los. Verbündete. Schieß drauf. Los. Auch da, bitte. Und die Rakete. So, Leute. Wir hier sind im Krieg. Weltraumkrieg. So, weiter geht's. Yohoi, yohoi. So. Die Stadt ist kaputt, Leute. Gut. Ähm... Da kommt der Nächste. Rakete. Laser. Zack. Hier, Laser. Rakete. Zack. So. Yohoi, yohoi. Der hat was verloren hier. Schaut mal. Der hat Beute verloren hier. Da ist noch einer von denen, ne? Ja, dann. Schieß da mal drauf, die Raketen. Wir können da nämlich hier die Sachen aufsammeln. Schaut mal. Hier ist Kriegsbeute, Leute. Spordollar. 5.000. 9.000. Alles klar. Dann würde ich sagen... Schmeiß mal eine Bombe hier drauf. Wir bomben die kaputt. So, Leute. Gut. Dann einmal Medizin. Einmal Energie aufladen. Und weiter geht's hier mit der Bombe. Los. Äh. Mach die kaputt da, die Stadt. Los. Gut. Noch eine Medizin. Sehr, sehr schön, Leute. Gut. Dann haben wir hier die nächste Stadt. So. Draufbomben. Los. Und noch mal drei. Guck mal. Mit der Bombe geht das ganz schön schnell. Und da ist noch einer hier. Boom. Weg damit. So. Da ist noch einer mit dem Laser. Der kann nicht gegen uns anstinken hier, Leute. Ja. Wir sind im Krieg. Wie gesagt. Wir machen gerade deren Heimatplaneten kaputt. Sehr schön. Das passt sogar ganz gut, weil wir hier auch gelbes Gewürz haben. Da kommt schon das nächste Schiff. Willst du etwa aufmucken? Der will aufmucken. Ja. Komm. Dann. Dann. Komm. Gegen meinen Laser und meine Raketen hast du keine Chance. Komms. Und zack. Weg damit. Gut. Weiter bomben, Leute. Weiter bomben. Einfach draufbomben. So. Wir bomben einfach hier drauf. So. Einfach weiter drauf hier. Los. Wir führen einen Weltraumkrieg. So. Sehr, sehr gut. Ein. Noch einmal hier Energie. So. Zack. Zack. Einfach draufbomben. Hier. Los. Und warum bewegt sich das Ding eigentlich immer? So. Leute. Die Stadt gehört auch uns. Der hat nichts mehr hier. Der hat keine Raumschiffe mehr hier. Los. So. Ich habe noch eine Medizin. Die nehme ich. Medizin sage ich schon. Eine Reparatur-Kit. Die anderen bekriegen sich wieder gegenseitig. Aber. Oh. Minus 390, Leute. Aber ich bin selber im Krieg. Das müsst ihr gerade erst mal selber machen hier. Einfach bomben. So, Leute. Ich glaube, dann kriegen wir auch dieses Planetensystem. Wenn wir alle Sternensysteme platt gemacht haben. Gut. Drei Städte hat er noch. Oh, da hat er noch ein paar Schiffe gebaut hier. Seht ihr das? So. Einfach bomben erst mal. So, Leute. Ich bob erst mal. Ach, komm. Dann macht die kaputt hier. Los. Einfach mit dem Laser hier. Zack. Und weitermachen. So. Siehst du schon kaputt, die Stadt? Oder was? Da ist das Schiff. Sehr gut. Macht den kaputt. So. Kriegsbeute. Wir haben hier Kriegsbeute. Da. Gib mir das. So. 7.400 Sport-Dollar. Alles klar. Weiter. Oh, die ist schon. Okay. Die ist schon uns. Okay. Alles klar. Dann würde ich sagen, Bomben waren noch die letzten beiden Städte vor allem hier kaputt. Der war sogar direkt schon aggressiv. Das kommt davon, wenn man so aggressiv gegen uns ist. Wir haben jetzt hier unsere Bomben sind richtig mächtig. Schaut euch das an, Leute. Richtig gut. So. Das ist eine letzte Stadt. So. Bomben. Einfach drauf. Bomben. Leibwächter 2. Du hast fünf Freunde verteidigt. Mega Protonen-Rakete, Leute. Sehr, sehr schön. Neue Werkzeuge. So. Zack. Du hast die letzte Kolonie in diesem System zur Aufgabe gezwungen. Klicke auf den Erobern-Button im oberen Bildschirmrand, wenn du dieses Sternensystem erobern möchtest. Ja, das möchte ich sehr gerne, Leute. Wenn du das System nicht haben willst, kannst du weiterhin kolonieren und deine Gegner aufreiben. Hm. Möchte ich das haben? Das ist ja gelbes Gewürz, ne? Also eigentlich... Das ist aber zu weit weg. Was passiert denn, wenn wir hier weiter drauf pumpen? Kriegen wir dann Kohle, oder was? Ah, wir kriegen hier Kriegsbeute. Schaut mal hier. Ja, hei, hei, hei. Äh, 50.000 Spor-Dollar pusht das. Ich mein, ist das nix? Oder soll ich dieses, dieses Sternensystem nehmen? Ich mein, die produzieren wahrscheinlich viel gelbes Gewürz, ne? Moment. Oder, ne, wisst ihr was? Ich nehm die... Soll ich die Kohle mitnehmen? Ne, kommt. Ich nehm das Sternensystem, Leute. Du hast viel gelernt, Krieger. Wir überlasten dir das System, wenn du einer Waffenruhe zustimmst. Ich beanspruche diesen Ort für mich. So, Leute. Wir haben einen neuen Planeten. Willer Wunsch. Du hast deine Feinde mit militärischer Macht zur Aufgabe gezwungen und ihr System erobert. Boah. Jetzt sind wir hier an der Macht, Leute. Schaut euch das an. Äh, das ist aber interessant. Hahaha. Ja, gut. Die haben hier die anderen Häuser, ne? Genau, Leute. Die haben hier andere Häuser. Ähm. Ja, jetzt sind hier... Jetzt laufen hier die Froschis rum. Hahaha. Ja. Aber ich möchte trotzdem gerne meine Häuser haben, Leute. Hahaha. Das hilft nix. Das muss alles hier schön uniform sein. Alles klar, Leute. Ja, doch cool. Das ging ja schon mal relativ schnell hier. Muss ich ja mal ganz ehrlich mal so sagen. Wir haben unseren ersten Planeten erobert. Und, ähm, ja. Richtig cool. Also, wie gesagt. Gut, dann bauen wir jetzt hier noch ein paar Fabriken auf, damit die auch schön viel gelbes Gewürz produzieren. Sehr, sehr schön, Leute. Wir kriegen jetzt gelbes Gewürz. Das ist doch mal mega, mega geil, Leute. Gut. Die Stadt ist voll ausgebaut. Ah, der hat sogar hier... Ja, okay. Haha. Ne, dann machen wir hier ein Hotel hin. So, Leute. Hahaha. Und hier fehlt ne Fabrik. Ne? Genau. Hier fehlt ne Fabrik. Erstmal die ganzen Kriegsschäden beseitigen hier. So. Ja. Meine Siebis. Hahaha. So. Wo kann das denn noch hin? Ah, hier. Sehr gut. Bloß 60 die Stunde. Sehr, sehr gut. Gut, dann würde ich mal sagen, baue hier ne Fabrik hin. Äh, dann hier noch ne Fabrik hin. Hier noch ein paar Häuser hin. Beziehungsweise hier oben ein Haus. Und hier nochmal ne Fabrik. So. Leute. Ja, die Geschütze hab ich extra stehen lassen. Hahaha. Ähm. Die sind unglücklich. Weil, wie gesagt. Es wäre zu teuer gewesen, die aufzubauen, alle. So, Leute. Ich mein, wir haben zwar genug Geld, aber... Ja. Wo man's sparen kann, sollte man sparen, ne? So, hier 60 die Stunde. So. Dann würde ich mal sagen, die brauchen noch dringend mehr Zufriedenheit. So. Gibt's denn hier noch was? Hier gibt's noch was. Sehr, sehr schön. Und ja, Leute. Ich hoffe, dass euch das nach wie vor hier gefällt, das Boah. Hahaha. Wie wir jetzt hier Krieg führen, Leute. Das wird ja auch interessant. Wirklich cool. Und... Ja. Spiel ist wie gesagt, eine Woche später. Hab hier ein Glas Wasser neben mir stehen. Und daraus werde ich gleich mal einen Schluck nehmen. Und zwar genau jetzt. Eine Sekunde. Ach, so. Ach, das ist doch immer gut. Ein Glas Wasser neben sich stehen zu haben, oder? Gut, Leute. Da hinten braucht ihr noch ein bisschen Zufriedenheit. Und hier unten am besten noch eine Fabrik. So, Leute. 60 die Stunde. Nächste Stadt. Reaktivieren. Ja, wir haben ja hier alles kaputt gemacht, ne? Das ist... Ja. Aber wir müssen es jetzt halt selber wieder aufbauen, wie es halt im richtigen Leben auch so ist, ne? Genau, Leute. Hier gibt es Kohle. Und hier hinten gibt es nochmal ein Hotel, für euch kommt. Wollen wir aber nicht so sein hier. Ja, das Ding ist halt, wir haben eine Stadt jetzt kaputt gemacht. Hier. Und haben 50.000 Spordollars dafür gekriegt. Allerdings, äh... Ja, bringt es mehr, wenn wir die Städte einnehmen. So, zack. Kolonist 4 Plakette. Oh, schaut mal hier. Megabombe. Antimateriebombe. Extreme Energiespeicher. Mega geschützt. Extreme Gesundheit. Joioioi, jetzt geht es aber ab. So, wir haben eine weitere Plakette. Glückwunsch, du hast hier den Titel Legende verdient. Sehr gut. Leute, dann würde ich mal sagen, wir haben genug Energie. Wir haben 45 Platz hier. Und schaut mal, was wir hier noch haben. Wir haben grünes Gewürz. Gut, dass wir hier gelandet sind. So, das Ding hat zu viel Temperatur und zu wenig Atmosphäre. Äh, alles klar. Dann muss ich einen... Ja, nicht Atmosphären-Generator, aber... Was brauche ich denn für einen Teil, Leute? Äh, ja gut, das ist jetzt ein bisschen blöd gelaufen hier. Dass der Planet halt so weit weg ist, ne? Aber, aber gut. Ähm, aber wir haben hier doch auch ein grünes Gewürz. Ach, stimmt. Wir wollten diesen Planeten hier terraformen. Richtig, Leute, ich erinnere mich. Gut, dann würde ich sagen, pausieren wir erstmal den Krieg. Wir brauchen hier mehr Temperatur, Leute. Alles klar, dann würde ich mal sagen, gibt es hier nicht einen Hitzestrahl oder sowas? Weil ich kann mich erinnern, dass man auch mit dem Raumschiff selber, dass man da terraformen kann und nicht mehr diese teuren Werkzeuge braucht. Äh, ja, muss ich mal definitiv mal angucken. Ja, ihr wollt wieder Krieg führen, ne? Gut, Leute. Äh, ich würde sagen, ich gehe mal... Nein, nicht zu denen. Ich gehe mal wieder Gewürze einsammeln hier. Ja, Leute, uns fehlen nur noch drei Plaketten. Dann, wenn wir die haben, Leute. Oi, 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 was ist denn das hier? Das Kaufsystem. Das Quabertreich greift, äh, den Planeten an. Okay, das finde ich jetzt aber nicht so schön. Aber gut, Leute. Die wollen viel Geld haben. Und wo war denn hier jetzt? Hier, oh, Moment. Nein, 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 Moment. Hier war doch noch der Planet, ne? Ganz genau, hier war der eine Planet. Der Handelsrute hier war noch eine Handelsrute, glaube ich. Ne, die sind voll mit pinkem Gewürz. Ja, ist auch gut. Der Heimatplanet hat noch eine Handelsrute. Genau, wir haben kein baunes Gewürz. Und grünes fehlt noch. Hallöchen, Leute. Ähm, ja, ihr bietet mir 20.000 für blaues Gewürz. Das würde ich sagen, mache ich einfach mal. Und, ja, was habt ihr denn hier noch so für mich? Megabombe. Hm, 2,4 Millionen. Das ist nämlich schon, das ist natürlich schon heftig. Megaprotonat. Ihr seid so teuer, Leute, wirklich. Aber gibt es hier denn nicht irgendeinen Knopf? Also hier gibt es auf jeden Fall schon mal Wolkenanhäufer und Wolkensauger. Asteroidenrufbutton. Gibt es, glaube ich, noch nicht, ne? Irgendwas um die Terra-Temperation. Ah, hier, Hitzestrahl. Terraformer 3. Habe ich doch schon. Hitzestrahl, wieso habt ihr denn nicht? Moment. Terraformer 3. Habe ich doch, oder? Moment. Hier, wo ist denn hier meine Sammlung? Äh, Plaketten. Titel. Bla, bla, bla. Okay. Äh, wo ist denn hier? Reinigungskraft. Terraformer. Kolonialist. Ah, Kolonialist. Okay. Missionar, Kaufmann, Joker. Willst du wirklich nicht... Okay. Hier, Terraformer. Ah, okay. Ne, haben wir tatsächlich noch nicht. Gut. Da muss ich nach wie vor... Aber wie heißt denn das Ding? Ich muss erst mal wissen, wie das Ding heißt, Leute. Äh, wir müssen von unten rechts nach oben links. Äh, ja. Äh, was war denn das genau? Verdammt. So. Und jetzt sind Temperatur zu erhöhen und die Atmosphäre zu sinken. Und die Temperatur und die Atmosphäre zu sinken. Und die Temperatur zu sinken. Und die Temperatur zu erhöhen. Hm. Bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Ich geh mal woanders hin, Leute. Ich brauche sowieso noch, äh, ja, ein paar Lebewesen. Also von daher. Wir haben einen Allesfresser und einen großen Baum. So. Traumschiff Langschwanz bittet um Erlaubnis. Alles klar. Ihr bietet mir 30.000. Das nehme ich, Leute. Zack. Und 7.000 fürs braune Gewürz nehme ich auch. So, schaut mal hier. Die haben nämlich die Megasachen. Große Gesundheit, Leute. Du lachst uns wieder außen. Mega geschützt. Das kaufe ich mir auch. Auf einem Plan. Ach so, nein. Das war es falsch. Verdammt. Verdammt. Okay, egal. Mega Protonenrakete. Die war es. So. Was haben wir denn hier noch? Ähm. Ich glaube. Ja gut. Dann muss ich halt ein Atmosphäre gönner. Zwei am besten. Und Eissturm. Zwei Stück. So. Dankeschön, liebes Marderreich. Gut. Ihr seid ein bisschen negativ. Dann bitte nimm unser Geschenk an. Dann seid ihr wieder im mittleren Bereich. So, Leute. Sehr gut. Vielen Dank. Ach so, genau. Ich wollte auf euren Planeten und die ganzen Sachen mal. Na stopp. Ich wollte mir auch noch einen größeren Frachtraum kaufen. Naja, wir gehen ein bisschen auf Shopping-Tour. Einfacher Frachtraum. Ja komm. 50.000 ist in Ordnung. Jetzt können wir hier wenigstens schon mal scrollen. Das ist doch schon mal ganz gut. Alles klar, Leute. Das ist deren Heimatplanet nämlich. Oder? Jaja, das ist deren Heimatplanet. Aber die haben nicht mehr so viel. Und dann würde ich mal sagen, nehme ich mir einfach mal hier so ein paar Bäume mit. Und, äh. Ja, dann gucke ich einfach mal weiter hier. So. Ich brauche nämlich Pflanzen. Ich brauche Tiere. Ich brauche alles hier. Bitte herkommen. Los. Alles her hier. Alles her damit. Hahaha. So, Leute. Gut. Dann. Weitere Bäume, bitte. Ich brauche weitere. Äh. Ich brauche Bäume. Genau, hier. Bäume. Her damit. Hehe. Ein Dino. Cool. Schaut mal. Gibt es hier weitere Tierchen? Eine kleine Pflanze auf jeden Fall. Okay, Leute. Sehr, sehr gut. Da hinten sind noch Tierchen. Hier. Gib mir mal ein paar von euch. So. Und dann noch am besten den Baum. Und da hinten noch ein paar Tierchen. So, Leute. Ja, dann haben wir ja. Moment. Wir haben eine kleine, eine mittlere, eine große. Eine große, eine kleine. Uns fehlt noch eine mittlere Pflanze hier, ne? Gut, dann nehmen wir das hier mit. Ja. Ah ne, haben wir schon. Verdammt, Leute. Autsch. Ach, die haben auch unser Auto geklaut. Warum klauen alle unsere Autos? Ach, verdammt. Ja gut. Äh. Gibt es hier noch mittlere Pflanzen irgendwie? Nein, gibt es nicht. Schade, schade, Leute. Ich bräuchte eigentlich noch eine mittlere. Hier, sowas hier. Genau, das ist eine neue mittlere Pflanze. Sehr, sehr gut. Ich würde nämlich ganz gerne den Planeten jetzt direkt voll terraformen hier. Äh, gib mir das. Oder so, ja, genau. Und ja, dann würde ich sagen, gucke ich schon mal, dass wir den Planeten da terraformt kriegen. Und dann ist in einer Minute auch schon wieder meine Uhr an. Du meine Güte, ey. Wirklich, wirklich shit. Schwierig, ey. Mit der Zeit. Aber gut, Leute. Wir haben hier grünes Gewürz. Ich würde sagen, terraformen wir noch erstmal. Ähm. Ah, das war für den... Hä? Ah, okay. Da habe ich mich jetzt ein bisschen vertan. Ich dachte, das hier wäre der Punkt unten rechts. Aber das war hier gar nicht, ne? Shit, das war hier gar nicht. Ja gut, egal. Dann habe ich die Tools halt im Inventar, falls ich sie nochmal brauche. Dann brauche ich hier, äh, Eisstürme von euch. Habt ihr hier Eisstürme? Um die Temperatur und die Atmosphäre. Asteroidenruf. Meteoridenhalle. Ihr habt keinen Eissturm. Das ist das Blöde. Ach, verdammt. Verdammt, 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 Leute. Habt ihr einen Eissturm für mich? Gut, dann kommen wir doch erst in der nächsten Folge zum Terraformen von diesem Planeten. Habt ihr einen Eissturm? Ihr habt einen Eissturm, sogar zwei Stück, alles klar. Dann würde ich sagen, Leute, das war meine Uhr. Ich verkaufe denen das hier nochmal für 6.000. Und dann würde ich sagen, ist die Folge auch schon wieder vorbei, du meine Güte. Alles klar, Leute. Dann würde ich sagen, machen wir die Terraforming-Aktion beim nächsten Mal. Ich würde sagen, ich speichere das erstmal. Und wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir doch gerne ein Like oder ein Abo da. Würde mich sehr freuen. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Tschö, tschö.